Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte Ihnen heute den neuen Zweig der JGHV-Homepage zum Thema Fragen aus der Prüfungspraxis vorstellen. Wir beginnen unseren Ausflug auf der altbekannten Seite www.jghv.de, wo wir direkt auf der Seite Aktuelles landen. Um uns dann zu unserer neuen Seite vorzuarbeiten, gehen wir einmal auf den Button Service. Weiter unten finden wir Prüfungsfragen und rechts findet sich dann der Button Fragen aus der Prüfungspraxis. Dort klicken wir einmal drauf und schon öffnet sich unsere neue Seite www.jghv-prüfungsfragen.de. Diese Seite ist sehr simpel aufgebaut und einfach zu bedienen. In der oberen Leiste finden wir hier einmal ein Menü. In der Mitte ist der Sperlingshund, der unseren Homebutton ersetzt und auf der rechten Seite haben wir die Lupe, wo die Suchfunktion dieser Seite hinter versteckt ist. Auf die drei Sachen gehe ich aber gleich nochmal ein bisschen ein. Gehen wir mal ein bisschen weiter runter, finden wir hier eine Bildergalerie, wo wir verschiedene schöne Bilder von Hunden des JGHV finden. So, weiter unten finden wir einen Begrüßungstext und demnächst werden Sie hier ein Datum finden, was uns anzeigt, wann die Seite das letzte Mal aktualisiert wurde. Somit können Sie also feststellen, ob Sie auf dem aktuellsten Stand sind oder später noch einmal nachlesen müssten. So, gehen wir mal wieder nach oben und schauen uns hier die obere Leiste einmal an. Da klicke ich links einmal auf das Menü. Ja, und da finden wir einfach nochmal eine Übersicht zu den verschiedenen Untergruppen, wo wir nachher Fragen zu finden können. Wir gehen jetzt einfach mal auf die Verbandsjugendprüfung, haben hier auch wieder unsere Bildergalerie und weiter unten finden wir alle Fragen zum Thema VJP, die schon einmal bei VJP aufgetaucht sind. Haben wir jetzt allerdings eine Frage zu einem bestimmten Thema, gehe ich einfach mal wieder nach oben, klicke hier oben auf die Lupe und nutze die Suchfunktion. Zum Beispiel können wir jetzt hier den Begriff Hasenspur eingeben, gehen dann entweder auf Enter oder klicken mit der Maus auf die kleine Lupe. Und dann öffnen sich die Suchergebnisse und Sie finden alle Fragen zum Thema Hasenspuren, das heißt, wo das Wort Hasenspur schon mal enthalten war. Klicken wir dann einfach mal auf zur Frage, öffnet sich diese Frage ein bisschen weiter unten. Und ja, hier finden wir sehr schnell und übersichtlich die Frage, eine Antwort und auch eine Begründung dazu. Sehr einfach aufgebaut, sodass man das auch mit dem Smartphone benutzen kann und jederzeit während der Prüfung im Feld noch die Möglichkeit hat, sich weitere Informationen hinzuzuholen. So, gehen wir mal wieder nach oben. Dann zeige ich Ihnen nochmal kurz, wie wir wieder nach Hause kommen. Wie gesagt, der Sperlingshund ersetzt unseren Homebutton. Da klicken wir einfach nochmal drauf und sind wieder auf der Startseite. Damit haben wir die wichtigsten Funktionen erklärt. Die werden natürlich immer wieder aktuell gehalten und das aktuelle Datum finden Sie dann unter der Bildergalerie. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Erkunden.